Willkommen bei Alulux. Sonnen-, Sicht- und Einbruchschutz stehen für uns im Fokus. Alulux steht für Dynamik, Fortschritt und Kundenorientierung und zu 100 Prozent für Made in Germany. Hochwertige Produkte und individuelle Lösungen sind selbstverständlich. Die Faszination für Innovationen treibt uns an. Aluminium ist unsere erste Wahl und Überzeugung bereits seit 1960. Alulux-Produkte werden für Generationen gebaut und sind Multitalente für mehr Lebensqualität. Wir setzen auf höchste Genauigkeit und Perfektion. Unsere Qualitätskriterien lassen keine Kompromisse zu. Wir wissen, wie es geht. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt mit Sorgfalt und Präzision. Mit Herzblut und Verstand bauen wir zukunftsorientierte Systeme. Qualität ist unsere Leidenschaft. Regelmäßige Produkttests mit modernsten Prüftechniken unterstützen unseren Wunsch nach Perfektion. Wir sind ein Unternehmen mit Tradition, das sein Wissen über Generationen weitergibt. Wir sind erfolgreich, weil wir mit Mitarbeitern, Lieferanten und Partnern an einem Strang ziehen. In unseren Kompetenzzentren erfolgt die Weiterverarbeitung unserer Produkte. Dabei passen wir uns den Anforderungen des Marktes an. Als Hersteller von Rollladensystemware genießt Alulux weltweit einen hervorragenden Ruf. In über 50 Ländern werden Konfektionäre beliefert. Durch unseren modernen Fuhrpark garantieren wir kurze Lieferzeiten. Über 3000 Alulux-Fachhändler Vertrauen auf Liefertreue. Service und Kundenzufriedenheit sind Werte an denen wir uns messen. Wir setzen auf Kommunikation und eine schnelle Umsetzung. Mit einem ausgewogenen Produktportfolio für Systemware und konfektionierte Produkte bieten wir ideale Lösungen. Wir denken in Chancen, Lösungen und Zielen. Wir hören genau hin, wenn es um die Anforderungen unserer Kunden geht. Wir sind Alulux. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020